Gott, ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast, wir wollen nur eine Achtabreine anzünden. Geil. Wie wir einfach alle gegen Ende besessen wurden. Oh Mann, ich will dich auf die Null fallen. So bist du, denn du bist eine Null. Ey, letzte Zeit, ey, ja okay, so ist es geil. Es muss jetzt irgendwie alles noch gekippt werden. Komm schon, ich brauch einen Stern. Oder einfach irgendwie sauviele Münzen, dass die Sterne stehlen kann. Hm, schauen wir mal. Das wäre natürlich super. Tja. Oder Shams Time. Endlich hat jemand mal einen Stern hier. Boah, ich dachte, das wird nie der Fall. Geh auf, nein. So behindert bin ich jetzt auch nicht, weißt? Ach, Mist. So ein Mist, aber auch. Wer weiß, vielleicht kriege ich ja die ganzen Bonus-Sterne. Das wär's. Ja. Der müsste ich jetzt noch alle Minispiele gewinnen. Oh, Bonus-Germassen. Ah, scheiße, das kann ich doch gar nicht. Doch. Egal. Ah, seht ihr meine epische Hand an. Sieht eigentlich falsch aus. Eigentlich sag ich ja nur. Ich glaub, dem geht's gut. Schaut so richtig angepisst aus. Ach, wo sollte man den denn am besten greifen, meine Güte? Joshi, greif dir nicht. Der gre... Joshi! Alter, ich dachte schon, du greifst dir mal nie hier. Boah. Ey, irgendwas hat gerade mit meinem Controller nicht gestimmt und deshalb... Boah. Ich glaub, meiner ist exakt. Scheiße. Oh yeah. Oh mein Gott. Ach so! Warte mal, das waren nur 99, nicht 100. Und man hat kurz den Ebulator-Glitschen gesehen. Ach nee, oh, die Rom. Ja, passiert. Gelegentlich. Boah! Ja, ruhig, 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 ruhig. Ich hasse meinen Sessel. Ich hasse ihn. Der knackst ständig. Hektagonschlag. Boah, hätte der nur auf ein Ereignisfeld gekommen. Oder du gleich. Tja. Oder echt, wenn ich das eine Einswürfel. Ganz genau. So will ich das sehen. Dann musst du auch gleich einfach einen sauhohen Zoll zahlen, damit du durchkommst. Wie ist es gepiepst, was die Aschie von sich gibt? Du musst den Zoll aber so hoch machen, dass Mario nicht durch kann. Tja. Der Dummi will sie. Du wirst eh einen hohen Zoll zahlen müssen. Ja, weil du irgendwie 13 schon gezahlt hast. Ja, ganz genau. Aber würde ich sagen, du zahlst... Mindestens 15. Mindestens 15. Oder einfach alles. Ey, du gewinnst doch eh fast jedes Spiel, also. Aha, ist klar. Chester. Wieso konnte er keine Elf würfeln? Keine Eins. Ja, vor mir aus. Hast du eh einen Bonus bekommen, ne? Boah, 40 Münzen. Komm, 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 komm. Kirmeskratt, Kirmeskratt. Mann. Wer bault? Ich? Das habe ich ja beim letzten Mal so versagt. Kirmeskratt wäre eigentlich angebrasster gewesen, weil das kann ich halt besser. Ich weiß doch gar nicht die Steuerung. Schieß nun mit dem Stick kannst du die Kobra Panzer auch noch kontrollieren. Äh? Äh? Wow! Alter Wario. Fast hätte ich noch Wario erwischt. Okay. Immerhin habe ich schon mal Münzen von dir. Hm. Wart mal. Hä? Wo kommt diese eine Münze her? Ein, ein Pin. Ein normaler Pin gibt eine Münze. Ach so. Boah, ich dachte jetzt gerade hier irgendwas. Illuminati. 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 Ja, ja. Voll mein Ding. Okay. Ich war gespannt, was ich dir abluchsen kann. Weil, wie weißt du? Ja. Ja. Ich meine einfach, ja. Also, ja. Also, ja. Ja. Also, ja. Aber, nein. Ja, aber, nein. Aber, oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast. Wir wollten doch nur eine Achtabbahn anzünden. Komm, ne 1, 1, 1, 1, 1. 3. Fast ne 1. Aha. Aber auch fast ne 4. Noch fast ne 4, weh? So, und das quasi? Karte, oder was? Ja. Oh. Ach, ne, du kommst noch ein rotes Feld. Mehr nicht. Ne. Ne, du machst ein Ereignisfeld. Ja. Wieso sag ich dir das? Müsstest mein Face grad sehen. So ein totales Rape-Face. Ja, wirklich. Soll ich dir so... Ey, wärst du gerade im Inbegriff gewesen, das zu checken? Ja. Dann hättest es eh keinen Sinn gehabt, ob ich dir das gesagt hätte oder nicht. Ne, ich war im Inbegriff. Du hast mir noch den Denkanschluss gegeben. Kirmeskran los, Kirmeskran. Alter! Aber du! Immer der Scheiß-Kran! Was ist das? Was ist das? Was ist das, bitte? Alter, er hat sich als Rape-Face. Ich will die Truhe haben. Ich will die Truhe haben. Was? Ihr könnt euch bewegen? Ja, natürlich. Wir können uns ja befreien, wenn du uns greifen würdest. Können wir Button meschen, damit es für dich schwieriger ist, uns zu bekommen. Eigentlich habe ich nur Interesse an der Truhe, weil ich weiß, die kann ich besser kriegen. Wenn die jetzt wegfliegen würde. Oh, Mann. Ne, ne, die ist schon so gut wie mein. Jetzt nicht fetchen hier. Jetzt nicht fetchen hier. Oh, mein X-Box-Controller hat gerade die Verbindung verloren. Sehr schön. Wunderbar. Ah, er geht noch. Wunderbar. Ich habe keinen Bock, auf eure Seite zu kommen. Ich setze alles auf eine Karte. Oh, no. Hey, ich gebe mir selber 10 Münzen. Wie großzügig von mir. Oh! Oh! Nein! Oh, hat der keinen Sinn. Boah. Boah, Alter. Zuerst so, uh! Und dann hör' er. Oh, Mann. Was? Er hat ja einen. Oh! Ich vergaß. Das ist geil. Ich vergaß. Ich habe es voll vergessen, dass der einen Stern hat. Alter. Und wo wir gerade von Sternen reden. Und der Nächste. Also, jetzt geht's ab. Aber auch erst in der letzten Runde. Natürlich. Muss sein. Obwohl, ich kann mich über... Ach, wie heißt die Zahl noch mal? 50 farmen. Und dann einfach zu dem Koopa gehen. Obwohl, warte mal, bei mir ist der Bowser. Ja. Nee, warte mal, der... Oh, Mist. Ich dachte jetzt irgendwie... Ich hatte gerade so einen Denkflash gehabt. Ja. Ey, ich habe ja noch die Hoffnung, dass einer von euch auf ein Ereignisfeld kommt. Tja. Bitte nicht rennbar an. Boxhaufen Wahnsinn. Das ist auch schon wieder. Sag mir nichts. Mal wieder. Was ist das mit den Boxen, die wir zerstören müssen? Ach, boah, Mann. Wieso sagt mir das nie was? Weil es Boxen sind. Ja, ganz genau. Boxen sind voll, mein Ding. Nein, voll. Alter, wie episch Yoshi in der Luft treten kann. Boah, Alter. Yo, Yoshi hat echt das geilste Moveset, ey. Aber das könnte... Das könnte man doch auch so schön in Smash Bros. verwenden. Yoshi isst und bleibt der niedlichste. Hey, 10 Münzen. Außer Wario. Der hat 13. Wario übertreibt mal wieder. Der geldgeile Sack. Ja. Eine 1, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Eine 3. Das ist eine 3. Auf jeden Fall. Komm schon, komm schon, komm schon. Dann aber eine 3. Oder eine 1. Das ist einer zu viel. Ich wünsche der Cooper wäre ein eigenes Feld. Nee, das kann nicht. Obwohl du könntest noch auf ein eigenes Feld... Nein. Uh, Chattime. Nee. Chattime ist echt... Also, ich würde mich jetzt gerne aus der Affäre rausziehen. Es kommt... Mario. Und nicht ich. Nicht ich! Mann! Das heißt, warte mal, gibst du mir jetzt genug Münzen, dass du den Stern nicht mehr leisten kannst? Nein, ich hab genug. Äh, wichser. Wieso kann ich einfach mal jemanden mir einen Stern geben? Weil... That's not how Mario Party goes, bro. Ja. Boah, ich müsste eine 3 würfeln oder du. Und dann wird geswappt. Mir passiert das auch. Sicher. Für beide würfeln eine 3. Münzblock. Achso. Okay. Das ist klar, ne? Ich nehm einfach den, der einfach hier am nächsten... Nächsten nur mal bei mir ist. Sprich, der hier! Alter, flackert das geil. Ja, das ist Licht am Emo. Oh, was? Der Münzblock ist jetzt schon kaputt? Oh, okay. Alter, wie ich einfach immer voll die Lucky-Münz-Blöcke krieg. Ey, ey, der gehört mir. Der gehört mir. Wir sind alle um ein Münzblock kloppen. Jetzt bin ich gespannt. Wer hat die meisten? Ich glaub ich. Aber ich bin mir nicht sicher.